willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja back in town ich bin wieder zurück bei den soßen das ist eigentlich so ein bisschen so mein dauerstamm klar nur der ein oder andere hatte ja gedacht ich gehe raus nur weil ich jetzt woanders liga spielen muss oder so aber ich war danach noch eine woche noch eine woche noch eine woche draußen lag einfach daran dass ich jetzt auch nicht so jumper mäßig rüberkommen wollte so immer heute mein tag spätzele morgen tag event übermorgen wieder ein tag spätze und so weiter deswegen bin ich einfach dann so am stück rausgeblieben aber ich bin jetzt wieder zurück habe jetzt auch schon einen klankrieg wieder mitgespielt und damit man mich hier nicht abwerben kann natürlich wirbt mich niemand ab hier habe ich bin natürlich aktiver spender ich bin freundlich keine frage charmant wissen ja und ich bin anfänger aber ich habe die klaren einladung hier auf rot ich weiß nicht genau was es bedeutet das muss ich noch mal raus testen rot oder grün stellung denn ich habe heute versehentlich jemand angenommen hier oben in dem bereich und ihr wisst ich mache das auch ganz gerne bei den herausforderern aber den habe ich angenommen obwohl er in einen anderen clan war der optimus prime hier der war in einem anderen clan und den habe ich einfach angenommen weil ich gedacht habe naja dann ist der eintrag raus du hast ihn nicht abgelehnt das mache ich ja wie gesagt gerne bei den herausforderern dann steht er nämlich nicht abgelehnt von torsten so nach dem motto torsten ist der böse sondern dann steht er einfach gar nichts da habe ich den angenommen und damit war ist er dann auch seinen alten clan raus und ist dann direkt bei uns das könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben bzw ich werde das die tage mal abtesten für euch aber naja ganz ganz komisch ich habe jetzt schon einen klang krieg wieder hier mitgespielt und hat mich auch gefreut muss ich sagen hatten coole unterstützung mal wieder aus den reihen von disco diesmal wir waren diesmal alle im discord haben so ein bisschen rum geplant und fand ich ganz gut also live im discord bzw live im discord im live stream live im discord im live so muss man sagen und für die die es nicht mehr mitbekommen haben 67 65 haben wir das ding hier noch mal rumgerissen für uns denn es stand 65 65 und prozentual waren wir zu dem zeitpunkt auch noch nicht so gut seht daher 86 zu 60 zu 86 90 also prozentual war der gegner vorne hat halt nicht genug sterne gemacht und die letzten sterne haben hat der juli dann hier raus gekitzelt aber wir haben ja ich glaube auf beiden seiten 553 er gehabt denke ich mal fünf und sieben dann ja fünf und sieben und keine keine einfache sache wie wir das angestellt haben gehen wir mal gleich auf die letzte hier und ihr seht das hat mich auch überrascht kommt sie wieder rein in den alten stammclan oder dauerstammclan und wir spielen nur noch hat auch 12 hier so weit ist das hier mit den schätzes gekommen dass sie nur noch hat auch 12 cks im moment spielen wir haben wohl noch ein 11er und 10er weiß ich gar nicht genau aber die letzten klank hier waren echt only ratos 12 und ich glaube das kristallisiert sich auch weiterhin so raus einige spiele hier ja auch liga das heißt also diese discord bundesliga mit und da geht es dann heute abend glaube ich wieder los wo wir oder wo die dann gegen einen anderen clan antreten müssen ich bin in diesen liegen überhaupt nicht vertreten und auch nicht in den turnieren man hat mich heute mal gefragt ja tuto wieso machen das nicht mal ich habe immer so ein bisschen das gefühl ich bin nicht gut genug für die leute und bevor sie dann so ein wie mich aufnehmen sollten sie lieber einen aufnehmen der der so richtig ahnung von vom game hat und von angreifen hat derjenige nennt mich auch immer casual thorsten tolle wurst dankeschön aber hier mit karre drachen drin und jede menge hocks im gepäck der mini auf die nummer 30 also auch hier war das ein rathaus 12 noch nicht ganz so gut ausgebaut obwohl wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut dann ist das schon viel auf max level außer vielleicht mal ja da unten viele mauern und so und auch noch ein kanönchen hier und da ja da sieht man das so ein bisschen aber dennoch hart verteidigt hart verteidigt und es ist hat auch ein design aber hier schön gemacht man sieht das jetzt auch eine schöne ganze ecke rausgenommen und das passing hier jetzt für die für die hog rider wunderbar die sofort hier in die immunität genommen der adler hat glaube ich noch einmal geschossen bevor die queen jetzt weg hatte dann hat er noch einen zauber gehabt für die queen also nicht jetzt für die hocks geopfert sondern er für die queen dass die immer noch ein bisschen weiter durchgeht und hier die ganzen truppen unterstützt sehr schön gemacht hier also wie gesagt das passt richtig gut einhals hat er noch kriegen ist noch zündbar ein bisschen clean up ist ein bisschen wenig so ein magi doch ein paar mal mehr magier mit hat jetzt immer noch einen über und die setzt man dann so dass man weiter rein kommt hat noch ein königsgeist auch noch dabei der jetzt noch ein bisschen für clean up sorgt hier außen da kann man machen der macht immer nur so ein zwei schläge auf die gebäude sieht das gerade unten an dem bohrer zwei schläge braucht er nur und da braucht dann so ein boogie doch ein bisschen länger aber kleiner oberkirche mit den schweinchen und schön gemacht vom mini auf die 23 also rathauswölf auf rathauswölf naja ich habe mich auch gar nicht mal so schlecht geschlagen mit der im moment komischen truppe habt ihr sicherlich schon überall ja auf sämtlichen kanälen gesehen oder vielleicht auch selber schon mal probiert dass dort ja man gleich noch mal ist aber ein anderer account von ihm dass die königsgeister moment sehr stark sind und auch ich schaffe damit schaffe damit ein prozent kaum zu glauben naja wer ich bin froh wenn ich muss sagen ich bin froh wenn die truppe a entweder genervt wird oder ich bin froh wenn die truppe wieder weg ist in elf tagen ist das ding ja geschichte und da müssen sich die leute mal wieder was einfallen lassen weil mit den mit den königsgeistern only also 34 königsgeist oder 35 passen ja rein beim rathaus zwölf da lässt sich doch schon ziemlich viel von seiner base wegnehmen wenn ich sogar ein rathaus und dann noch ein paar betts hinterher gesetzt werden das oftmals drei sterne nicht immer aber immer im hohen prozentigen bereich also zwei sterne werden das tun todsicher obwohl ich damit auch nur ein stern gemacht habe da habe ich mich ein bisschen mit da haben wir uns ein bisschen live ein wenig mit vertan dass die königsgeister denn doch noch das rathaus geschafft dann haben sie dann leider nicht mehr hätte man ein bisschen anders machen müssen aber hätte hätte fahrradschlauch kennt er hier wird jetzt weiter gefahren und auch hier war der micha hat sich so ein bisschen glaube ich auf die tierchen hier eingeschossen auf die hog rider queen ist jetzt noch wunderbar dabei sprung zauber jetzt geht richtung rathaus müsste die sich jetzt eigentlich auch annehmen ja der fallen ist da das haben da hinten die königsgeister gerade so erledigt so dass die queen jetzt nicht raus hüppelt aus der base sondern hier noch in der base drin bleibt und die unterstützen außen immer noch das natürlich sehr sehr krasse jetzt kommt noch eine kleine skelettfalle kleinbruch hat ein paar trifft trefferpunkte mehr aber jetzt schießt im moment gar nichts auf die queen und jetzt kann er die schon los schicken denn er weiß in dem moment schon das rathaus kriege ich ja in jedem fall wenn es gleich angeheitet wird nämlich jetzt dann geht es jetzt auch auf also da kommt der giga tesla zum vorschein und dann packt die das aber auch wenn er so ich weiß gar nicht ob er sie jetzt schon gezündet hat aber war jetzt doch ein bisschen viel feuer drauf jetzt hat er doch gezündet auf der letzten spur also da war nicht mehr viel an hill points und jetzt geht der adler auch noch mal weg und auch hier wie im angriff vorhin noch mal zum ende hin für die queen einen wurzauer genommen kann man natürlich anders machen den jemand sagt okay dann ist die queen halt asche und ich halte meine hocks länger am leben aber so ist das natürlich auch krass wenn die queen immer noch weiter schaden macht auf die verteidigungsanlagen und so hat er das auch hier echt nett gemacht schöne drei sterne von auch wie er von mir vom jack auf die nummer 26 also 11 26 das ist jetzt nicht weit weg hier im unteren bereich sah man das dann schon noch so ein ganz kleines bisschen aber hier oben in den bereichen da ist das latter ob 11 26 macht oder 26 mal 11 das tut sich da nichts der gegner hat gut angegriffen hat schöne angriff auch hingelegt hat auch schön ausgebessert wo mal nur zwei waren noch drei ja gemacht zumindest haben sie 53 gemacht und war ein spannendes ding hier bis zum schluss wer dann im live stream noch bis zum schluss dabei war hat das ende auch mitbekommen aber für die die es noch gar nicht gesehen haben halte ich euch das mal wieder fest und ich war ja auch schon ich war jetzt auch schon länger nicht mehr hier bei den soßen oder in der spätzelstadt oder bei soßen hausen also bei den spätzes hier der hat hier die zehn gemacht aber ich glaube ich wollte hier oben den auf die nummer zwei zeigen das war nämlich glaubt der letzte angriff sieben auf zwei mit luft truppen mit luft truppen und einen hatte dann klon dabei ne klon hat er nicht dabei hat zwei skelettsau dabei okay ist auch eine coole kombination wenn du die queen nicht unbedingt mit einem kill scott bekommst denn die queen steht ja unheimlich zentral hier seht ihr im unteren großen segment der mauern hier und so versucht man natürlich hier erst erstmal easy peasy das rathaus weg zu bekommen beziehungsweise sprung zauberei und dann geht das hier mit den helden los richtung rathaus die klanburg wurde jetzt schon gelockt durch den königsgeist und die halten dann ja erstmal an wenn der dann weg ist beziehungsweise die kommen dann auch erst raus wenn er erscheint aber jetzt mit king und queen hier vereint und auch einen was hatte ich ein eisgolem hat er dabei gehabt okay eisgolem dabei gehabt das rathaus wird gefrostet und die queen holt sich erst mal das rathaus gegnerische queen tänzelt da auch um die ist dann gleich auch geschichte beziehungsweise der king war so schuldigung das war der king und dann geht das hier jetzt mit luft truppen dann gleich weiter da müssen wir ein bisschen aufpassen wenn der skelett oder die beiden skelett zauber gleich geworfen werden dass dann die queen dran ist die darf dann nur nicht rüber hüppeln dass die skelette dann noch womöglich durch eine mauer dürfen bisschen muss man die zeit immer im blick halten bei solchen angriffen da muss man dann schon sage ich mal relativ genau gucken wann komme ich denn eigentlich wo mit jetzt werden hier so ein bisschen die ballons gespammt in so einem l aber die haben jetzt ein schönes passing es geht jetzt war gegen den feger das ist jetzt nicht so mein ding aber der dreht sich jetzt auch nicht also da hat er glück gehabt dass er nicht den 360 grad feger erwischt hat den ich sonst immer erwische denn ich habe ja immer 360 grad feger wundert mich eigentlich acht jetzt zeichnet da guck mal ist auch komisch der zeit nach der zeit mit dem rohr nach nach vorne richtung bomben turm aber der winkel ist ein ganz anderer ok sei es gerade ein bisschen merkwürdig aus und ich hatte mich ja gewundert dass er sich jetzt nicht dreht aber dann hatte er sich wahrscheinlich gerade gedreht oder ich hab's nicht mitbekommen außen sind jetzt noch die sind jetzt noch die kleinen niedlichen ich gehe jetzt einmal ein bisschen näher für euch rein also hier mit ihren kleinen schilden und mit ihren schwertern einige sind schon nackig das heißt die haben ihr ihre rüstung nicht schlecht aber schön gemacht ihr war richtig krasse angriff und der war wirklich super super zum schluss hat mich wirklich gefreut auch jetzt erster ck hier mal wieder bei den soßen kleine serie hammer 4 serie glaube ich und in der woche starten ja jetzt die clanspiele da gebe ich euch aber auch noch info bitte guckt in den community tab bei mir rein ich werde den clan deutschland wieder für euch aufmachen so dass ihr mit euren twinks ein wenig clanspiele spielen könnt und weil wir dann vielleicht wenn wir zu viel langeweile haben starten wir doch auch im klankrieg dort ich gehe wieder mit dem barfuß rein also mit dem radhaus 9 wenn ihr lust habt kommt er wieder rein kommt er wieder rum haben ein bisschen spaß zusammen und ihr könnt ein bisschen eure punkte holen wenn ihr möchtet und ein bisschen klankrieg spielen im clan deutschland denn mal gucken danach müssen wir da irgendwie auch liga spielen und dann weiß ich auch noch nicht mit den neunern ich habe jetzt sogar mit meinem 7 dann clan clan erwischt wo wir spielen können da kommen wir neben dem von don auch noch gerade mit wo wir schon mal hier sind nehmen wir die von don gleich mal mit und drei auf eins hier mal gucken dass das war glaube ich eine ganz enge kiste hier mit den hawks ich weiß es nicht mehr genau ach guckt euch das an hier guckt euch das an der hat ein loch ist das denn er hat ein loch in der base ne ne ja 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 und du brauchst nur zwei stück fürs radhaus okay das ist schon mal weg damit ist die wichtigste verteidigungseinheit in dieser base hier einfach schon mal nicht mehr da jetzt fandet er hier noch richtung adler so dass er gleich denke ich mal mit der karte reinkommen kann da kommt sie schon und so dass seine truppen dann hier in die base reingehen der eis hole müsste jetzt gleich eigentlich auch in die base reingehen denn die nächste verteidigungseinheit ist schade ist doch der x bogen okay ist aber nicht so schlimm da sind die anderen truppen erstmal geschützt karre geht voraus mit dem king die queen geht leider ein bisschen außen rum aber vielleicht hat hat er jetzt glück dass die queen doch noch ein bisschen mit mittig reingeht jawohl da wurde sie wieder mit reingelenkt dadurch dass eine andere einheit außen jetzt weiter geklärt hat und ach ja okay wieder mal der sprung zauber kennt er ja ich weiß nicht wie weit meine karre kommt ich nehme jetzt schon sprung bevor die dann darum eiern und jetzt geht es hier über die ecke beziehungsweise aus drei uhr und aus ungefähr zwei uhr oder oder 13 uhr 30 mit den hocks weiter hier rein rathaus ist ja nicht mehr da das muss ja gar nicht mehr aktivieren also das ist natürlich wirklich mal okay kannst du kannst kannst du den einfach mal da setzen zwei stücke und dann hast du schon mal das rathaus also das das muss man auch dann gesehen haben und ich weiß aber nicht die schweine werden natürlich immer jetzt haben sie ein gutes passing hier außen weil jetzt müssen sie nicht mehr rein hat auch noch einen halb zauber worden ist noch zum mal sehen wann er den nimmt hat jetzt aber auch außen noch die queen am laufen okay die queen ist jetzt geschichte eine worden zündung noch mal sehen ich denke mal hinten am inferno wird wird er die noch mal nehmen denn die hockrider werden jetzt ganz ganz spät noch mal in die base hier reintauchen also richtung inferno so dass er hier noch mal alle jetzt hat also waren die da drin ja doch ich glaube die wir waren so teilweise in der aura drin aber sie sind jetzt nach wie vor in der aura drin und haben damit mehr treffer punkte wie die verteidigungsanlagen machen müssen außen geht schon so ein bisschen clean up mit wenn auch nicht so super viel aber den rest erledigen die hockrider und der super intelligente worden aber ich weiß nicht könnte mir meine kommentare reinschreiben was ihr so ein gefühl habt ihr elfer zwölfer ist der worten jetzt schon so ein bisschen so ein kleines bisschen intelligenter und kann man den jetzt wirklich gut richtig gut benutzen so dass er jetzt nicht den ein der ein einzigen lava welpen hinterher fliegt sondern dann doch eher den 20 loons die man da im feld hat aber ich weiß es nicht ich hatte so ein bisschen den eindruck bei dem ck hier dass der worten eine gute figur macht muss ich sagen gute figur macht aber so so richtig weiß ich halt noch nicht aber 67 65 ist hier das ergebnis und ich hoffe die kurze knappe folge hat euch gefallen ja einfach wieder back in town wollte ich euch so ein bisschen preis geben also nicht dass ihr denkt ich wäre hier jetzt bei den soßen verband oder sowas nee nee und ich werde jetzt auch erst mal klanspiele spielen dann kommen ja irgendwann wieder die liga da werde ich wahrscheinlich wieder bei gsi spielen denn der clan hier ist aufgestiegen das hatte ich euch noch gar nicht erzählt glaube ich in champion 1 spielen meine jungs jetzt auch hier aber nicht meine jungen sondern die jungs vom dock also von unserem clan anführer und ja cooles ding hier ich hoffe ihr bleibt am kanal dran also haltet die ohren offen und die ohren steif beziehungsweise schaut in den community tab und guckt euch die live streams an die live streams ersetzen nehme ich immer so ein bisschen so ein bisschen die kommunikation die fehlt einfach im moment so ein bisschen in clash of clans werde ich aber in einer anderen folge mal ein bisschen tiefer darauf eingehen ich hoffe die folge hat gefallen wenn ja dann lasst mal einen daumen nach oben da aber nicht vergessen glocke stellen damit ihr keine folge mehr verpasst bis dahin schönen wochenabfang euer toto